Hallo, ich bin Joy Dinalani und wir sind hier auf Joke TV. Und ich erzähle jetzt hier einen sehr schlechten Witz, ich finde, aber es ist der einzige, den ich kenne, tatsächlich der einzige. Also, okay, Blondinenwitz. Wie bringt man die Augen einer Blondine zum Leuchten? Wie? Wie? Ha? Überleg mal. Weißt du? Nee. Nein? Indem man ihr eine Taschenlampe an die Ohren hält. Also, wenn ich wenigstens dich zum Lachen bringe, dann ist er vielleicht nicht ganz so schlecht, wie ich vermutet habe. Also, das war mein Witz. Joy Dinalani, Joke TV.